Kurz aushalten und weiter im Text. Hauptsache hier, das gelbe Sternchen in der Mitte des Bildschirms flippt ein wenig aus. Das Trefferfeedback, genau. Mir ist gerade der Begriff nicht eingefallen. Das habe ich manchmal, gerade am Morgen, bevor ich Kaffee getrunken habe. Aber jetzt ist es schon zu spät für Kaffee, wisst ihr? Jetzt ist es Kamellentee. Oh mein Gott, bin ich alt geworden. Früher hätte ich mal noch einen Energydrink reingeballert, aber heute nicht. Heute gesüßter Kamellentee. Aber naja, der ein oder andere unter euch wird das verstehen. Zack, zack, zack. Weiter. Ich drück den Knopf, ne? Gut. Und nur verteidigen. Von hier drüben wird es immer recht wild. Runter bitte. Na, runter. Droni. Und los. Kommt raus, meine Freunde. Wir begleiten euch nach unten. Mit Salbenfeuer. Flop und flop und flop. Das war's schon. Ach, noch einer. Glorreich. Auch du machst einen guten Job, mein Freund. Und... Oh, vorsichtig. Sie verteilen sich. Du nicht, Kollege. Du nicht. Hier einfach weiter schießt. Aber das ist ja halt so. Das hält eigentlich auf. In der Welt von Tom Clancy. The Division 2. Warlords of New York. Oh, ein dicker Hai. Kette. Weggefetzt. War's das? Tatsächlich. Einsatz abgeschlossen. Das war ja cool. Ein schöner Einsatz. Jetzt checken wir noch ein paar Kisten. Projekt beendet. Das tägliche. Ich dachte, wir müssten auch irgendwie einzeln jetzt auf die Jagd gehen. Nach benannten Schlag mich tot. Aber nein. Na gut. Dann nehmen wir jetzt noch ein bisschen Kram mit. Und dann sind wir hier auch schon wieder weg. Und können Richtung New York gehen. Da gibt's nämlich auch jede Menge Titan. Und hier sind ja noch ein paar Punkte auf der Uhr. Chance auf Crit. Sprengsatz-Widerstand. Fertigkeiten-Tempo. Ellie aus. Nachlade-Tempo. Und dann können wir hier noch Lebensenergie-Schaden bei der Police tunen. Nice. Und jetzt haben wir 0,5% mehr Schaden auf Lebensenergie mit der Police. Und das hier bei unserer ersten Mission in the Big Apple Wall Street. Ganz vergessen, wie geil hier die Missionen sind. Super nice inszeniert. Hochwertig. So lobe ich mir das. Zack. Drohne. Warum eigentlich nicht? Da hinten. Boah, der ist aber prächtig, ne? Und hier gibt's so viele Ressourcen. Die droppen alles. Wir müssen mal schön alles mitnehmen. Oh, hallo, 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 hallo. Vorsichtig. Und richtig schön viele Gegner. Der Stackmensch. Er muss gefüllt werden. Ach, das ist ein ganz dicker Stimm. Die haben ja eigene Dicke hier in New York. Füße. Sie müssen bluten. Zack. Und dich noch. Vorsichtig, Drohne. Ist eine Mitspieler Drohne? Ja, ich glaub schon. War jetzt nicht richtig markiert. Nein, nein, nein. Aua, aua. Schild. Alles gut. Ich hab ein Schlagtrauma davon getragen. Aber überlebt ist überlebt. Wer ist da irgendwo hier? Naja, Schrauben haben wir genug. Mehr als genug. So, ne, dann mal ran hier, ne. Zack. Die Geisel ist tot. Aber wir haben doch schon Hinde gemacht. Ach, die gute Wallstreet. Hi. Ich weiß nicht, ob das zu übereifrig war. Ich werd's bestimmt gleich bereuen. Ich brauch den Stack aber. Ich brauch den Stack. Ah. Ah. Schande, 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 Schande. Ah, 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 ah. Muss ich gleich rausschneiden. 0,5 Prozent, ne. Damit bin ich in den aktuellen Zwischenzeit rein, ne. Muss ich mir merken. Ah. Vorsichtig. Äh, ich zieh mich zurück. Ein Stückchen. Und Police, man. Police. 0,5 Prozent. Mehr Schaden auf Lebensenergie. Aber der nächste Sprung bei der Optimierung wird größer. Oh, Dicker. Vorsichtig. Vorsichtig. Wieder zurück, bitte. Der kommt schon, wenn er was will. Boom. Schwachstellentreffer mit extra Punkten. Ah, 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 ah. Na, geht doch. Eins nach dem anderen hier. Wir werden die Wall Street schon sichern, Mensch. Wo sind sie da oben? Ist da einer? Kommt da noch mehr? Knallharte Mission. Plop-di-wop. Und Medikit. Alles bitte voll machen. Ich glaub, wir müssten hier hin. Ich mach auf. Folgt mir ins gelobte Land. Und hier wird's nochmal richtig haarig, wenn wir nicht aufpassen. Tasche. Der Stack ist halb voll. Gleich hol ich die Police raus. Ich halt das mal hier. Das stand grad halten. Und jede Menge Plunder. Kino-Vorräte. Dankeschön. Der gute Kino-Mensch. Achso, kleine Info am Rande. Frauchen ist wieder einkaufen. Und Atlas läuft hier schon wieder ganz nervös rum. Es könnte wieder zum Gejaul kommen. Lustigerweise wieder bei Division. Das ist bisher wirklich nur bei Division passiert. Noch nie bei Fallout 76. Und da war Frauchen auch schon ganz oft einkaufen. Aber er hat sich gerade hingelegt. Das ist okay. Wir kriegen das hin, Atlas. Wir kriegen das hin. Immer schön entspannt bleiben. Und die Kisten nicht vergessen. Äh, hier ist nichts weiter. Ich komme, ich komme. Alles durchladen, bitte. Und den Stack nicht vergessen. Rück, vor. Boom. Deckung. Deckung. Oh, die halten richtig schön viel aus hier in New York. Die fühlen sich gerade irgendwie mächtig an. Das ist gut für den Stack, Mensch. Ich will die hohen Schadenszahlen haben. Äh, Medikit. Bitte. Und weiter. Können wir da nicht hoch oder so? Geht das nicht? Granate. Flop, die Wop. Wollen wir ihn da raus? Boom. Hat nichts gebracht. Er war nicht im Radius. Und von da kommen noch ein paar Kumpels. Oh, oh, oh. 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 Und haben wir dicke Panzerrohr. Klop, rüber, Schild, au, au, au. Wer hat mich hier beballert? Droni, Droni macht den Job. Oh, oh, oh. Zack, aufgeladen. Die Roten erstmal abservieren. Jede Knarre weniger, die auf uns schießt, ist eine große Hilfe. Also, ja, ist gut. Hilfe, na ja. Das müssen wir jetzt rhetorisch nochmal überdenken. Das lassen wir einfach so im Raum stehen. Komm raus. Mal los. Worin schießt du? Und jetzt haut sie ab. Wie smart von ihr, Mensch. Künstliche Intelligenzen werden immer intelligenter. Weiter. Da kommen schon die nächsten Konsorten. Und der Stack ist noch nicht mal richtig voll. Kommt aber gleich. So, wo könnt ihr explodieren? Ich glaube, der Dicke mit dem Schild hat auch eine Schwachstelle, die man auch von vorne treffen kann. Ist gerade unwichtig. Wir haben ihn so erledigt. Mein schöner Stack, Mensch. Wir müssen weiter voran. Wir müssen mehr Druck machen, ansonsten füllt er sich nicht. Tasche. Hier hinten vielleicht noch was. Ja, hier sag ich doch. Was haben wir gekriegt? Alles. Inklusive Titan. Großartig. Alles durchladen. Bis zur letzten Patrone. Und dann hier rüber, oder wie? Seid ihr hier rüber? Ich glaube schon, ne? Aber flucht doch mal die Wall Street. Wie cool ist die denn mal bitte? Ach ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Nein, nein, nein. So nicht. So nicht. Tasche. Tasche. Boah, die halten so schön viel aus. Das müssen wir besser zu unseren Vorteilen nutzen. Jetzt bin ich kurz blind. Aber das macht nichts. Nein, nein. Um die Ecke, bitte. Boah, hallo. Was ist denn mit meinem Stack los? Warum ist der verpackt gerade? Alter Schwede. Alter Schwede. Medica. Zu viel Druck. Nicht übermütig werden. Die ignorieren uns total. Das sollen sie uns büßen. Oh, oh. Bücher. Nicht gut. Wir müssen als Team hier funktionieren. Ach genau, hier auf die Klappe müssen wir schießen. Zählt das auch für den Stack? Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Oh nein. Nicht Moorpark. Nicht Moorpark. Ah, 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 ah. Komm schon, Mensch. Ich hab dir eine Million mal auf deine Schwachstelle geschossen. Du stehst noch. Äh. Ist das Ding noch aktiv? Ah, ja. Ist es. Das war ein Kampf alleine gegen das Biest. Irre. Irrer Mensch. Hahaha. Drohni, 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 drohni. Medica und drohni. Ah, weg, weg. Nein, nein. Krass, Mann. So heftig. Da war's denn nun. Schande. Schande, der ist viel zu mächtig gerade. Und ich hab kein Medica mehr. Und mein Stack sieht nicht so vielversprechend aus. Da. Ah. Schwachstellenschuss. Los. Ne, so nicht. Sein Schild, das muss seine Schwachstelle sein. Direkt vorne rauf. Da ist es. Da ist das olle Flashline, was ich zerlegen möchte. Aber wir können schön unseren Stack bei ihm aufladen. Police. Ist er durch? Noch nicht. Noch nicht. Aber gleich. Jetzt. Jetzt beginnt die Party. Oder jetzt hier beim finalen Endkampf. Ich glaub, hier ist die Party noch viel besser. Flop, Mensch. Genau. Hier sind doch die ganzen Mini-Gardens. Ich erinnere mich. Schön verteilt. Das hab ich noch nie in einer Gruppe gespielt. Stack aufladen. Sofort. Und er hier eignet sich dafür. Ideal. Oder auch er. Zack. Und schon ist er voll. Police. Police, Mensch. 0,5% mehr Schaden auf Lebensmittel. Allergien. Äh, Lebensenergie. Doni, komm raus. Sicher ist sicher. Oh, oh. Der kann uns gut weghauen. Der kann uns sehr gut weghauen. Na, na, na. Hier kann ja die Mini-Gun besetzen. Irgendwas löst das in mir aus, das Wort. Na, na. Alter Schwede. Da kommt er. Der nächste Dicke. Der kommt. Schwarzschnellenschuss. Durch die Scheibe. Oh, und jetzt ist das Deck schön oben. Jetzt beginnt der wahrhaftige HB-Traum. Boom. Alles muss explodieren. Und du genauso. Du kleine rote, du. Zack, ist der Helm weg. Irgendwas ist hinter mir. Ne, doch nicht. Ich glaub, die Deckung ist nicht optimal. Das ist nicht ideal Standard. Das ist nicht die ideale Höhe. Zack, zack, zack. Medikett. Lieber vier als drei. Wir sollten zusammenbleiben. Wir beide. Wir parken da schon. Moorpark. Jetzt kommen die ganz übelen Jungs, ne? Moni. Solange wir die Chance haben, spring rüber. Ich weiß nicht, was da ist, aber spring einfach rüber. Bronis ist noch draußen. Spezialmoni. Oh Gott. Krise. Ja, hab ich. Ne, doch nicht. Das ist normale Moni. Wo sind sie? Oh Gott. Oh Gott. Deckung. Oh, die sind direkt vor uns. Ungünstig. Nein, nein. Mein Stack. Mein Stack. Oh nein. Der Stack ist weg. Ich hatte mich so gefreut. Es ist einfach viel zu viel los hier. Weiter, weiter mitgehen. Mit den Dicken mitgehen. Alter Schwede. Wie gewonnen so Zaron. Die Geschichte eines HB-Stacks. Aber wir können ja hier weitermachen, ne? Aus der Deckung HB-Stack füllen. Geht bedingt. Weiter. Und wieder Police. Oh, den Helm sprengen. Gib ihm. Yeah. Boom. Alter. Was der aus. Der Dragof. Du Honto. Ne, ich abhauen. Bleib hier. Jetzt wird er rüde. Ich hoffe, uns fällt keiner an den Rücken. Na, na, na. Da. Oh, das ist das Legendary-mäßiges. Da hinten. Schnappt sie euch. Oh, wie heftig, Mensch. New York Haupteinsätze. Ich bin sehr beeindruckt. Große Respekt und Bewunderung. Ähm. Zerlegen, bitte. Alles nachladen. Wer weiß, wer noch nachrückt hier. Plunder, 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 plunder. Mhm. Titan. Ja. Und natürlich den Exokram hier. Was haben wir denn hier Schönes? Ach genau, die wissen ja, wie man hier den Cage öffnet. Das wussten wir auch mal. Kugelhölle. Was kann denn das Teil? Diese Waffe muss nie nachgeladen werden. Was? Alle hundert Kugeln, die einen Gegner treffen wird, bei ihnen und ihren Verbündeten etwas Munition aufgefüllt. Endlos ballern. Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Aber da können wir nicht den Marker ran basteln, oder? Das wäre es ja. Pam, 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 pam. Äh. Ich weiß nicht, ob wir die schon haben. Ähm. Ha, ha, ha. Das Ding nehmen wir richtig mit. Plopdiwop. Checken wir später nochmal. Ist gut möglich, dass wir die Kugelhölle schon in der Kiste haben. Da drüben noch, ne. Jetzt in den Cage, der geöffnet wurde. Ach ja, die Sicherungskästen da oben. Die gelben, ne. Man muss eigentlich nur die Kabel verfolgen. Und dann, dann sieht man das schon. Ah. Spezieller Spezialloot. Brauchen wir nicht. Blunder. Alles klar. Und rein in die... Ach, ne. Warte mal. Stopp. Hier hinten ist ja noch ein Spezial. Warum? Genau. Hier. Hier spielt die Musik. Genau deswegen. Flop. Und... Äh. Ja. Was habe ich gerade für eine Weste aufgenommen? Irgendwas mit Panzer schlaft mich tot. Es hat mich kurz neugierig gemacht. Ich sollte dem Impuls nachgeben. Panzer, Panzer, Panzer. Irgendwas. Äh. Was ich auch gleich als Schrott markiert habe. Vielleicht zu Unrecht. Das wird sich gleich zeigen. Panzer-Ganadierwässer habe ich schon zweimal. Chance auf Crit ist Cheska, ne. Müssen wir später nochmal genauer aussortieren. Ein Glück habe ich so ein bisschen mitgelesen. Ähm. Ja. Gut. Jetzt aber wirklich. Nächster Einsatz bitte. Oh. Die ziehen weiter. Ich bin dabei. Los. Wir sind ja auch ein astreines Team. Wir sollten auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ruf dir mich an. Aber jetzt wird erstmal geballert. Vorsichtig Drohnen. Nicht zu übermütig werden. Zack. Rucksack. Hat der Pfeile gar? Hat der gerade Pfeile gar? Weiter, weiter, weiter. Deckung. Brücke vor. Und boom. Schakalaka. Nice. Drohne die mal rausholen. Keine schlechte Idee. Und die Drohne eliminiert. Oh, oh. Da kommt noch einer. Flasche. Nein, doch nicht. Erst nachladen. Dann eben ohne Flasche. Weiter, weiter, weiter. Die Gegner gehen noch. Aber es wird gleich gut interessant, wenn wir in dieses Bruchareal kommen. Da ist so ein Spezialagent. Achso, guck mal. Wen haben wir denn hier? Oh Gott. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht der dicke Mensch. Er hat uns das letzte Mal hier auch gekillt. Uh. Heftig. Blunder. Weiter. Ein bisschen brennen vor Freude und Leidenschaft für dieses wunderbare Spiel. Warte mal. Wir scannen das ja alles ab. Vor allem nach Titan. Von allen anderen Ressourcen. Wenn wir mit was verkriegen können. Hat er nicht gecheckt, ne? Erst so nach der dritten Salve oder so. Hat er das mitbekommen, dass er hier beballert wird? Ich kann nicht an ihm vorbeischießen. Es tut mir leid. Weiter. Er hat gut abgekriegt. Übel Mensch. Üble Geschichte. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Na, kommen die nächsten. Schildträger. Füße. Ja, schön stolpern geraten, Kollege. Ja, ich will doch schwer hoffen. Ja, hier, genau. Hier müssen wir besonders vorsichtig sein. Der Typ da hinten. Der schießt mit Elektrofallen. Bis hier rüber, Mensch. Wie macht er das? Aber ich bin zu weit weg. Wir müssen näher ran. Wir müssen den Stack füllen. Ach, die hier. Die haben jetzt hier die Elektrofallen angezogen. Vorsichtig. Die schockt dich die ganze Zeit. Droni, komm raus. Ist hier noch eine. Da unten. Vorsichtig. Erstmal klatsch Schiff hier machen. Und dann weiter. Den Stack füllen. Ja, geht doch. Aua. Irgendwas hat mich getroffen. Irgendwas schockmäßiges. Da haut er einfach ab. Der miese Hund. Der heikling. Aber wir sind ja auch ein ganzes Team, ne? Taktisch war das sicherlich die richtige Entscheidung. Plopp. Komm schon, du Schildträger. Plonder. Weiter. Kommt noch wer. Oder ist durch. Zack. Eingesteckt. Hier vielleicht noch irgendwelche Kisten. Ein Glück ist das hier so dunkel. Falls Behälter in der Nähe wären, würden wir sie sehen. Sie wären optisch hervorgehoben. Wenn man im Dunkeln steht. Aber ich glaube auch wenn es hell ist. Aber da sieht man das halt nicht so gut. Oh, hier. Ich konnte nicht. Die Kante war schon in Benutzung. Was für eine geile Atmosphäre. Ist der absolute Hammer. Immer und immer wieder. Ja. Also mehr ein bisschen wäre natürlich super. Aber das Spiel hat jetzt schon so eine große Menge an coolen Schauplätzen. An einzigartigen Schauplätzen. Dass wenn man die, ich sag mal in einer gewissen Variation spielt. Immer wieder so ein nahezu frisches Erlebnis hat. Wobei das hält sich natürlich nicht bis, weiß ich nicht, Spielstunde 1500 oder so. Aber locker bis 1000. Sag ich jetzt mal so. Immo, Immo. Hiiii. Musik